Willkommen zurück zu Crash Benico 2. Ja, fragt nicht wie ich das nicht schafft hab hier hoch, aber ich glaub, ich bin geschlittert und gleichzeitig gesprungen. Wir probieren das nachher mal nochmal aus, ob das so ist, so richtig. Das sieht mir aber ziemlich weit aus. Ah, ging gerade so. Und ihn hier. Also ich bin quasi so, genau. Oh! Wenn ich da jetzt runtergefallen wär. Wieso sind die hier wieder da? Egal. Wenn ich den jetzt nicht schaffe. Nein! Oh nein! Das war doch bloß noch. Hm. Aber sorry Leute, ich brauch die Leben. Ich muss das einfach jetzt so oft versuchen, bis ich das schaffe. So, die machen wir mal gleich. Mich jetzt voll irritiert, dass die da schon wieder gestanden haben. So, ich bin also... So... Und so! Ja, seht ihr? So macht man das. Haha! Gut, da hab ich ja jetzt manchmal bestimmt auch nen Vorurteil. Äh, schafft er das nochmal? Jawohl! So, jetzt nur hier auf das Sprung-Ding. Alter! Und? Jawohl! Schön! Jawohl! Das wird noch ein Leben. Jetzt können wir wieder ein bisschen fehlen. Das heißt nicht, dass ich fehlen möchte. Ah, und ein 8 ist dazu. Oh, jetzt geht das wieder los. Wieso hab ich denn nicht den... Ah, Mist! Okay, geht das schon wieder gut los. Der Bär lacht mich schon wieder aus. So. Hui! Nein! Geh weg! Geh weg! Nein! Oh, Mann! Ich hasse dich. Bär, ich hasse dich. Ich hasse dich sowas von, dass ich ja... beim ersten Mal Schaffis und... beim zweiten Mal... Alete. Banete. Jetzt kommen gleich die ganzen... die ganzen Tiere hier. Weg, 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 weg! Hopp! Nein! Was mache ich? Ich wollte da unten durchrutschen. Wenn das so weitergeht. Zack. Ja, 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 ja. Nimm den mit. Weg, 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 weg. Weg. Hoppla. Unten durch. Weg, 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 weg. Nein, ich hab doch... Boah, das ist schwer jetzt. Wirbeln und, äh, ne? Mein lieber Hammy. So. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Spring. Rutschen. Jawohl. So sollte es sein. Jackpot. Und da oben wartet er schon wieder wahrscheinlich. Uiuiuiui. Was denn jetzt? Was, was... Was ist jetzt los hier? Daran kann ich mich ja gar nicht erinnern. Hä? Ja, Strom. So wie die, äh, ne? Ja, geschafft. Nein, der dritte wieder. Oh, Leute. Wenn ich null Leben habe, setze ich hier in Safe State. Ist das okay? Ich hoffe, es ist okay. Eigentlich wollte ich nicht, aber ich will halt nicht nochmal alle drücken müssen. Glaubt mir. Ein paar haben wir ja noch. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt, ne? Ja. 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 Man muss sich nur unter Druck setzen. Dann klappt das auch. Meine, meine Güte. 20 Kisten? So viel? Doch, so viel? Ich dachte, es wäre jetzt weniger gewesen. So, jetzt kommt Boss-Time. Crash, du hast schon mehr als die Hälfte hinter dir. Aber vermutlich hast du bemerkt, dass es schwieriger wäre. Die letzten zehn Kristalle sind die schwersten. Und meine, ähm... Unsere Feinde werden alles daran setzen, dich aufzuhalten. Ich melde mich wieder, wenn du den nächsten War Room hinter dir hast. Ja. Moment. Ich wollte... Speichern. Ganz wichtig. Immer speichern, bevor ein Boss kommt. Man will ja hier nichts doppelt machen müssen. Und ich bin sehr froh, dass ich keinen Safe State setzen musste. Weil ich wollte das ja eigentlich ohne. Aber ich wollte jetzt... ...das Level nochmal von vorne. Ich meine, gut. Hätte nichts genützt, aber... Oh, das ist nicht der Tiny... Wie heißt der noch? Was willst du von mir? Aua, Alter. Ja, mein Controller ist einfach wieder so... Scheiße. Ja, wieso springt der denn schräg? Ich muss immer ein bisschen reinkommen hier, Leute. So. Ja, reinkommen. Oh, mein Gott. Ja, naja. Hab doch gespeichert. Wird's nicht so dramatisch. Hallo. Nur blöd, dass wir dann hier immer wieder in den Raum kommen. Aber egal. Ja, ich soll gleich mit runter. Ah, ich glaube, ich brauche hier noch eine Weile um mich hier. Oh, ich kann sogar zwei überspringen. Na ja, das muss man mal wissen. Und ich jag mich auch noch mit runter. Ja, manchmal... Ich weiß nicht, mein Controller ist nicht so einfach. Ich würde mir wünschen, dass ich... Ja, und gleich sind wir wieder tot. Schön. Zurück kann ich auch nicht springen. Er wäre jetzt auch. Ja, klar, machen wir weiter. Hier wünschte ich mir, jetzt hätte ich... Hätte ich 99 Leben. Dann bräuchten wir das hier nicht immer sehen. Aber egal. Ja, er springt schräg. Das wäre das erste Mal. Das wird bestimmt noch schwerer. Er springt schräg, ne? Ja. Oh nein. Oh, ich habe es geschafft. Oh Gott. Das kann ja so in die Hose gehen. Oh, bitte lass mich schaffen. Jetzt hat mein Controller wieder... Oh, ich mag das nicht. Wieso der manchmal... So, haben wir aber noch gekriegt. Ja, so langsam komme ich rein, glaube ich. Aber ob das jetzt nochmal so... Gut klappt... Das ist fraglich. Ach, sieht gut aus. Okay. Jetzt noch einmal. Ich springe mal lieber schon eins weiter. Jetzt habe ich mich fast nicht gesehen. Nein! Oh Mann! Oh Mann! Ich habe es doch so schön gerade... ...hingebekommen. So, jetzt... Nein! Nein! Oh, 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 oh. Hört auf zu lachen, bitte, ja? ich finde das nicht mehr lustig. Jetzt volle Konzentration. Volle Konzentration. Eigentlich ist das ja gar nicht so schwer. Wenn ich nicht vorbeispringen würde. Und gleich können wir es nochmal. Ist egal, aber wir machen das so lange den Part noch. Der springt auch noch runter. Aha! Blöd Mann, blöd Mann. Ich gehe mal hier rüber. Der springt sowieso wieder schräg. Keine Lust. Hallo? Geht das? Ja. Bin aus dem Takt gekommen. Und das Ganze nochmal. Nochmal. Ich sehe jetzt schon die Kommentare. Oh Mann, bist du blöd. Oh Mann. Ja. Könnt mir ja mal schreiben, ob ihr das beim ersten Mal geschafft habt. Oder ob das... Eigentlich ist es ja leicht. Aber... Aber... Weiß auch nicht, man... Stellt sich einfach zu dumm an. Ich wollte schon weiterspringen. Ich habe schon überlegt, springst du noch eben weiter? Bloß gut nicht. Oh nein. Was mache ich denn? Eigentlich ist es ja auch gar nicht schwer, aber... Kann ich mir erzählen, so oft ich will. Ja, er kürzt ab. Blöde Sau. Ja, aber wieso ist er jetzt nicht gesprungen? Weil ich habe gedrückt gerade. Der ist einfach nicht gesprungen. Oder wie hier? Auf der Kante. Alter. Guck mal da rüber. So. So. Ganz easy. Ganz locker. Wenn der eine dann noch vor dem Bild hängt. Alter, jetzt kann ich nichts machen. Die Plattform kam zu spät hoch. Ich glaube, ich... bin... Ach man. Ich habe das doch vorhin... richtig... und wieder weg. Das ging schneller, als ich dachte. Aber dann kann ich hier jetzt wenigstens einen Schnitt machen. Und dann werden wir uns im nächsten Part darum kümmern müssen. Wer weiß, wie oft... wird da dann wieder... Ich sage immer wir. Ich spiele das doch. Entschuldigung. Na, wie oft ich fehlen werde. Na gut, dann sage ich mal... Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Crash Bandico 2. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.